König Karl Gustav verbringt seinen Ehrentag mit seinen Liebsten. Rund 50 Jahre lang sitzt der Royal bereits auf dem schwedischen Thron und wird seither von seinem Volk gefeiert. So auch an seinem 77. Geburtstag. Den zelebriert der Monarch nämlich im Rahmen einer kleinen Parade, gemeinsam mit seinen Fans. Auch die Familie des Königs weicht ihm an diesem Tag nicht von der Seite. Ebenso wie seine Ehefrau Königin Silvia oder Prinzessin Sophia von Schweden nimmt auch Prinz Karl Philipp an den royalen Feierlichkeiten teil. Außerdem sind Prinzessin Viktoria und ihr Gatte Prinz Daniel mit von der Partie, die der Prozedur gemeinsam mit ihren Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oskar gespannt vom Balkon aus folgen. Seinen besonderen Tag gemeinsam mit der ganzen Familie zu verbringen, stimmt vor allem Karl Gustav sichtlich zufrieden. Und an seinem Geburtstag ist das die Hauptsache.